Hallo liebe Freunde da draußen, 2014 hat begonnen und damit auch unser Jubiläumsjahr. Hämmerthorn wird zehn Jahre alt dieses Jahr und am 26.12. findet in Trockhau, in unserem Lieblingsort, unsere große Jubiläumsshow statt. Mit vielen Freunden, die dabei sein werden. Zum Bruncado, Eiswegen und viele weitere Special Guests. Ich hoffe ihr seid dabei. Holt euch jetzt schon das Ticket, wenn ihr wollt. Wir sehen uns in Trockhau im Dezember. Bis dahin.